Was geht ab, meine lieben Freunde? Ey, falls ihr mich noch nicht eingetragen habt beim Support the Creator, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Code RavenSight einfach eingeben würdet, meine Freunde. Das wird nach 14 Tagen wieder gelöscht, also vergesst nicht immer wieder abzuchecken. Ich würde mich echt mega dafür bedanken. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da bei diesem Video. Dankeschön, ich küsse eure Augen. Viel Spaß bei diesem Video. Ciao. Oh Gott, 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 Gott. Ich bin viel zu spät, ich bin viel zu spät. Verdammt mein Gott. Das ist wieder in der ersten Tag nach dem Urlaub und dann sowas. Oh Gott, naja, egal, was soll ich sagen. Rektor einer, nun ja, Special-Ed-Schule ist was ganz Besonderes. Das sage ich euch, okay, okay, okay. So, wo haben wir denn meine kleinen Kinder? Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, ihr Hammerland. Die sind zu spät. Ich bin heute der Lerner. Der Mundreiter, setz dich da vorne hin, jetzt los. Gottes Willen, Kinder, ihr wisst ja sicherlich, dass eure Eltern euch damals gesagt haben, dass ihr niemals den normalen Grund spult... Moment mal, ganz kurz, was ist der mit ihm schon wieder? Alf, was habe ich dir zum Handy im Unterricht gesagt? Alf? Geh weg. Er ist so cool. Alf, guck mal. Das Bildungsministerium hat mir eine Schrotflinte zugesprochen. Soll ich dir da mal... Alf, ich bin dann... Alf, ich bin dann... Alf, ich bin dann... Alter, das ist so cool. Ich bin nämlich ein Mann. Mach Unterricht, du Opfer, los. Also, ihr wisst ja, dass euch damals... Halt den Mund jetzt. Oh, das war mal... Ihr wisst ja sicherlich, dass euch damals die Grundschullehrer haben bereits gesagt, dass ihr wahrscheinlich mit eurem Intelligenz-Kotienten niemals in der Lage sein werdet, einen anständigen Bildungsabschluss zu erlangen. Deshalb seid ihr genau auf dieser Schule, wo nur tatsächlich vier Schüler... in einem Gebäude für 16 Leute angekommen sind. Setz euch jetzt Eiferstein! Hehehe, du hast voll okay. Alter, er ist so cool. Dieser Eiferstein ist so cool. Halt den Mund, der ist nicht cool. Ich finde den schon cool. Mann, er hat wieder gepupst. Oh, Eiferstein. Kinder, keiner verlässt den Raum. Keiner verlässt den Raum. Oh, ich sehe gar nichts mehr. Kinder, Kicking. Kommt zurück, los. Oh, wir ändern noch Hausaufgaben. Kommt alle her, kommt alle her. Wir gehen jetzt erstmal rüber in den Kunstraum. Setzt euch alle an den Zeichentabletten und dann versuchen wir mal, ob ihr dämlichen Vollaffen es hinbekommt, was Anständiges zu malen. Denkt dran, Kinder. Die Notenverkündung... Es ist ein Ja. Die Notenverkündung findet heute statt. Alphastein, setz dich auf deinen Platz. Hör auf. So cool, das ist. Ihr wundert euch vielleicht, Kinder. Alphastein, setz dich auf deinen Platz. Setz dich auf dein... Einmal noch und ich schieße dir mit dem Betäubungsgewehr in den Kopf. Dann wachst du im Rektorzimmer auf. Hör auf, wir sind runter. Runter jetzt. Der Lehrer hat ihn getötet einfach. Nein. Halt den Mund. Gucken Sie, was ich Gutes gezeichnet habe. Gar nicht auf dem Boden, du Vollidiot. Oh Gott. Okay, Kinder. Alphastein, wenn du aus dem Krankenhaus zurück bist, kommt alle mal her und bildet eine Reihe. Alphastein, du zuerst. Los, kommt her. Oh Gott, das will nicht. Ich hasse meinen Job als Lehrer. Okay, Alphastein, du hast im letzten Geschichtstest eine Sechs. Du bist durchgefallen, Alphastein, okay? Und dein Verhalten von eben? Stein, bleib stehen. Bleib stehen. Ich hab Schule aus, geh. Stein, nur weil es halb ein und acht ist, hast du nicht Schule aus. Kinder, bleib hier ganz kurz. Ich kümmer. Alphastein, wenn du jetzt gehst, Alphastein, wag es ja nicht, die Autos der Lehrer zu zerkratzen. Alphastein. Mein Auto, was für Autopoderre ist? Mein Auto. So, Alphastein, komm mit mir, komm. Du kommst jetzt schön mit. Ich will schon sehen, meine Gang wird dich besiegen. Du kannst froh sein, dass du hier nicht der einzige Schüler am 187-Genasen bist. So, Alphastein, komm. Komm her, komm. Wird da hinten etwa gelacht? Alphastein, das hier ist unsere neue Nachsitzenzelle. Los, rein da, komm. In die Zelle. Leute, locker. In die Zelle. Ich hab bestimmt wieder eine zweite Stufe. Ich verstehe es nicht. Rein jetzt da. Rein jetzt da. Alphastein. Drei. Zwei. Eins. So, Kinder. Nachdem ich Alphastein weggesperrt habe, kann ich mich endlich wieder euch widmen. Kinder. Ja, D-King, was hast du da an die... Oh, Gottes Willen. Sie hat mich geschlagen, ey. Sie sagen gerade die Noten. Gucken Sie mal raus. Vielleicht interessiert es die Leute da. Aber warum weint sie? Warum weint sie? D-King. D-King hat meine Brüste angefangen. D-King. D-King, hör auf jetzt. Wer hat dir das Klopapier in die Wand... Ach Gott, ich hasse es. Wieso kann ich nicht an einer normalen Grundschule unterrichten? Okay, Kinder. Wir werden nicht unsere Noten kriegen. Ja, dafür gehen wir ganz kurz... Ich hab bestimmt wieder nur eine 2+, oder? Halt den Mund. Wir gehen dafür ganz kurz in den Informatikraum, Kinder. und dann zeige ich euch den Noten. Ihr könnt froh sein, dass Alpharstein momentan im Nachsitzzimmer ist. D-King ist weggerannt. D-King. Alphar, schrette dich. D-King. Kinder, geht mal ganz kurz in den Informatikraum. Ja, okay. Ihr 2 Mädchen seid, wenn ihr so anständig... D-King. Alphar, ich hab deine Nachricht bekommen. Komm raus. Komm jetzt von mir. D-King. D-King. Komm, lass rummachen. D-King. Hey, hey. Hey, hab jetzt nicht gesehen. Alphar, helf mir. Alle jetzt hoch ins Nachsitzzimmer. Ist das klar? Guck mal, Geschenk. Finger weg. Ins Nachsitzzimmer, D-King. Stein wird gleich oben beim Schulleiter auf der Liege liegen. Wenn du dich noch einmal dagegen wärst, kommst du auch mit Stein zusammen zum Nachsitz. Ist das klar? Nein, bitte nicht. So, alle jetzt an einen Computer. Alle an einen Computer sofort. Aber ich wollte doch meine Noten haben. Die zeige ich euch jetzt am PC. Herr Lehrer, darf man hier trinken? Nein, darf man nicht. Das soll in die Formatik kommen. Du kleidesteckiges D-King. Benimm dich. Okay, tut mir leid. So, Carolina. Ja. Du hast eine 2 plus geschrieben. Nein, nicht schon wieder. Meine Mutter bringt mich um. Carolina, es ist eine Sonderschule. Sei froh, dass du überhaupt eine anstehliche Note hast. Gottes Willen. Alpharstein, setz dich an einen Computersitzplatz. Okay. D-King. Ja. Du hast eine 4 minus. Das reicht gerade noch. Sie wollen mich verarschen. Sie hassen mich einfach. D-King, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Fragen Sie kurz. D-King. Hör auf, dich anzuspucken. Alpharstein. 0,7, 6. 0,7, 6. Hör auf. 3, 4, alle. Hör auf. Ah, okay. Du, weil du keine Hals. Hör auf. Alpharstein. 0,7, 6. Hör auf zu reden. 3, 7. Claudia. 7, 8. Ah. Claudia. Hör auf, den Lehrer zu schlagen. Also, Alpharstein. Tierwatter. Oh Gott, das wird... Alpharstein. Herr Lehrer, ich habe sie an die Wand gemalt. Ah. Kinder, okay. Alpharstein, du hast eine 5 geschrieben und Carolina, du eine 2. Kommt jetzt alle mit mir. Ich war gestern Abend bei mir. Ich dachte, es war ein Plus, Alter. Ich habe dich gestern Abend etwas besorgt, okay, Herr Lehrer. Claudia. Und du hast gesagt, du kriegst eine 1. Claudia, das... Ich war bei dir gestern Abend. Was ist das? Claudia. Wir halten das unter uns. Claudia, wir gehen jetzt erstmal schön hier vorne in die Sporthalle. Dann kannst du mir nochmal zeigen, was du so drauf hast. Wie geht das mal eine 1? Ja, ja. Diesmal kriegst du eine 1. Warum nehmen wir die, Alter? Weil die schöne Tee... Ein Schraub in Ruhe. Die ist extrem erfolgreich. Ihr los in die Umkleidekabin, Kinder. Links, rechts in die Umkleidekabin. Los, zieht euch um. Ja, das zieht bestimmt wieder einfach so um. Oh, Claudia. Ich habe... Was denn? Das ist Carolina. Carolina, die ist absolut eklig. Dekin, geh mal rüber zu Carolina. Claudia, wo bist du denn? Ich bin auf der Sporthalle und wärme mich auf. Claudia, komm mal ganz kurz hier in die Umkleidekabine rein. Aber ich bin gerade mit Alphastein. Er ist eigentlich bei Tina. Nein, 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 nein. Er ist so fushy. Ich bin... Ich bin dein Lehrer. Claudia. Claudia. Ich bin so teilt, aber du hast wieder 2. Claudia. Claudia. Komm jetzt mit. Ist das klar? Ja. Sehr gut. Komm. So, Claudia. Ja, Herr Lehrer. So, und jetzt... Was macht ihr da? Claudia, ha? Dekin. Alphastein, geh mit den anderen Runden laufen. Los, komm. So, Claudia. Also. Hallo. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ach, Claudia. Claudia. Aber Alphastein ist so... Claudia. Ja. Komm mal her, was ich kann. Die anderen Kinder... Ich bin ziemlich stark. Kurz, dann bleib mal stehen. Oh ja, Claudia. So ist das gut. Hi, Alphastein. Alphastein. Es ist nicht so, wie es aussieht. Hi. Alphastein. Hör auf, die Claudia zu hauen. Alle jetzt mal Runden laufen. Wir vergessen, dass es einfach... Und dann machen wir hier den Parcours machen wir. Ja, den Parcours. Alphastein, es ist nicht so, wie es aussieht. Es ist eigentlich so. Ja, 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 ja. So, Kinder. Kommt hier drauf. Auf das Rack. Aufs... Verdammt. Ich... Ich häng fest. Ich bin Michael Jordan. Billige Sporthalle. Rauf hier. Und dann machen wir unser Parcours. Los. Kommt, Kinder. Ich will einmal sehen, dass jeder, wo ich den Parcours schafft. So, auch du, Carolina. Komm schon. Nö, ich bin zu fett. Ja, Carolina, das habe ich mir gedacht. Ah, sehr gut, Claudia. Schöne Hälften hast du. Ah, oh ja. Krieg ich wieder eine Eins? Natürlich kriegst du eine Eins, Schatzi. Ja, ich meine Claudia. So, Carolina, komm. Du bist dran. D-King, wo bist du? Ich bin Michael Jordan. D-King, mach den Parcours. Okay, hier, aber guck mal. Ich muss richtig blähnen. Stein. Ich habe es geschafft. Ich kriege eine Eins. Nein, du kriegst eine Zwei, so wie immer. Nein. Claudia, Stein. Mach den Parcours, los. Los, Alfie. Alfie, du schaffst das. Los, zeig den, der Lehrer. Ich glaube nicht, Alfie. Geh weg von mir. Claudia, lass ihn in Ruhe jetzt. Mann, aber er ist so cool. Hallo, ich wollte was sagen. Hallo. Los, Alfie. Was? Nee, er ist bloß raus. D-King, komm zurück. Los, nochmal. Los, komm. Los, du schaffst das, du Flasche. Wow, wie flutschig er ist. Claudia. Ja. Vorsicht. Nein, es geht nicht. Okay, Kinder, es ist Zeit für die Mittagspause. Los, komm, wir gehen rüber zur Kantine. Was gibt's denn heute zu essen? Was gibt's wohl zu essen? So wie immer. Es gibt Möhrengemüse mit einem stumpfen Löffel, damit ihr Vollidioten euch nicht verletzt. Nein. Ja. Alperstein, für dich geht's heute nur nachsitzen. Los, rein da. Ach, wunderbar. Dann haben wir das auch gekippt. So, Claudia. Du bist eh hässlich. Du bist hässlich. Also, Alter, nein. Claudia, mitkommen. Los, Carolina, bleibst jetzt da hinten. Du hast es dir selber zuzuschreiben. Ich lehre, nicht mehr. Warum sind die Carolinas Eltern? Was? Die sind Carolinas Eltern. Dann kommen sie mal zurück. Die ganze Familie ist da. D-King, hör auf, über deine Mitschüler so zu reden. Ich fand sie lustig, D-King. Du happy. Na, komm, los. Du darfst auch raus, Carolina. Ich mach das Ding mal beim Fernschloss auf. So, raus jetzt hier. Yeah. So, Kinder. Was können wir euch denn heute machen? Was wollt ihr haben? Papa, findest du mich heute hier rein? Hey, jetzt mal alle Hände waschen drüben im Badezimmer. Hände waschen, Kinder. Okay. Alperstein, mit deinen Fischfingern weg von der Sch... D-K, Mann, geh dir die Hände waschen, ey, Mann. D-K, Alperstein, komm mit rein. Okay, Kat. Äh, Carolina, D-King, D-King, lass die beiden da. Ich komm auch rein. D-King. Carolina. Ja. Was möchtest du essen? Ich hab gebrimst. Oh Gott, nein, nicht schon wieder... Kinder, die Cafeteria brennt. Kinder, alle hoch ins Lehrerzimmer. Alles bremst, oh mein Gott. Raus ins Lehrerzimmer. Alperstein, lass uns verstecken, komm. Kinder, ich hab weg rausgefunden. Mein Auto, komm. Ist das dein Auto, Alperstein? Sehr gut, sehr gut. So, einmal bitte durchzahlen, Kinder. Eins, zwei... Ab jetzt, jetzt. Der ist mir mein Studacken kaputt gemacht. D-King, du hast nächstes Mal 20 Stunden Nacht. Kinder, wo seid ihr? Oh, das bringt so Spaß, Alperstein. Moment mal, Kinder. Bleib mal ganz kurz hier. Was machen denn die beiden da unten? Oh, hier gibt's bestimmt die Lösungen für den Test am Freitag. Ja, lass es mal gucken. Oh nein. Was macht ihr da? Ihr seid wirklich, ihr seid wirklich schwererziehbar. Die Parkour ist schon längst abgelockt. Er wollte mir seinen Wagen zeigen. Ja, bei dich, wirklich. Kinder, alle ins Lehrerzimmer, los. D-King hat die Lösungen geklaut für den Test am Freitag. Was hat D-King gemacht? Warum sagst du das? Ich hasse meinen Job. D-A-M-R-A-B-N-D-I-B-A-R-D-D-C-R-D-Y-N-D-C-A-R-D-A-T-E-A-T-N-G-T0-G-A-T-G-A-T-F-T-E. D- adjacent zusätzlich zu den Test am Freitag.